Es ist spannend. Es ist ein sehr schönes Event. Es ist einfach top. Es ist ein sehr schöner Mix aus Ausstellungen, aber auch aus Fachvorträgen, aus der Industrie, aus der Forschung, aus der Politik. Lieber Herr Rohmann, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Und ich freue mich natürlich auch, dass Sie so tolle Experten hier versammeln konnten. Das ist wirklich etwas ganz, ganz Großartiges. Das ist eine der wenigen Events, vielleicht sogar das erste, wo das Thema Digitalisierung, in diesem Fall Robotik, und die Elektromobilität zusammengebracht sind. Viel Input aus unterschiedlichen Disziplinen, sei es universitär oder sei es aus der Praxis. Durch den Austausch die Möglichkeit zu schaffen, Fertigungsthemen für die Zukunft zu optimieren. Es kommt am Ende darauf an, dass wir hier gemeinsam Wasser auf die Beine stellen, dass wir an einem Strang ziehen, weil dieses Spiel kann keiner allein gewinnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017